Wie viele Kunden hast du im Moment? Soll ich dich beteiligen? Interessant, wie sich jemand wie Sie mit dieser Menge Geld anlegt. Ich bin davon nicht sonderlich betroffen, aber ich finde es interessant. Interessant, wenn man gewinnt, nicht wenn man verliert. Was hat dich so von mir entwärmt? Hast du Angst vor mir? Das wird zwar sein. Du bist blindend im Bett, intelligent, kämpfst um alles und hast immer recht. Aber eins kannst du nicht, einen anderen Menschen lieben. Und selten deine spontanen Gefühle. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!